hallo und herzlich willkommen es ist mal wieder donnerstag und ich zeige euch mal wieder ein bisschen was von shop titans kommt das hier aussieht sieht ja komisch aus okay die ganze armee alle schön die gleichen hüte alle schön die gleiche rüstung an und hier und hier ist dann der captain er hat dann extra rüstungen schön 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 da fällt mir ein wir könnten das hier mal um verteilen wobei das kann man ganz in die ecke stellen ich so das gefühl habe ich müsste ich ja mal aufräumen ich finde es sieht einfach nicht schön aus es macht einfach entschuldigung es macht einfach keinen spaß hier einzugehen zu gucken wie sieht das hier aus toll irgendwie hat es den flair verloren ich weiß auch nicht also ich habe ja beim letzten mal haben wir hier erweitert und so das war ja auch alles schön und so aber ja so richtig schön ist das hat nicht geworden wir müssten es vielleicht mal wirklich um dekorieren wir müssten es vielleicht um dekorieren dafür steht natürlich super viel krams da drin auch alles unangenehm was machen wir was machen wir also den teil hier finde ich ganz gut ja diesen sehr gemütlichen wohnbereich hier den finde ich den kann man so lassen hier ist ein bisschen da kann auch was dazwischen wollen wir könnten dass wir das ja immer um hallo dekorieren und dann mal hier hinstellen so aber dann stellen wir das ja mal stückchen nach da damit die katze direkt quasi am eingang im eingang bewacht eine wachkanzler merken sie nicht behandeln mal eben die leute ab wir wollen mir nur sagen verkaufen es ist nämlich gerade mal wieder das drachen event und wie beim letzten mal schon danke die letzten mal schon ist es irgendwie gerade so was möchtest du denn markt neun stück 900.000 da gucken ob das selber erstellen kann warten wenn zumindest ein paar davon und was möchtest du machen du möchtest mit öl verkaufen habe ich zu wenig öl habe ich denn normalerweise 163 ja stimmt ich habe wirklich wenig öl ok das mit dem öl mit der öl die funk ist noch nicht erwarten bin hier gerade im umdekorierungs modus du möchtest du einen ring kaufen habe ich auch nicht ja also was soll ich sagen das ist gerade hier drachen event und mal wieder ist es äußerst baggy wir haben gestern abend um 17 uhr ist es gestartet und das erste was passiert ist einer der gilden mitglieder der tor natürlich wie auch sonst er hat einfach mal 11.000 punkte schon gemacht ja wie er das gemacht hat keine ahnung denn unser luftschiff war noch gar nicht losgeflogen wie viel habe ich 100 cool diese drachenmarken sind cool die muss ich jetzt mal langsam sammeln ich würde ganz gerne das ist mein persönliches ziel hierhin kommen ältester blaue drache 1,8 millionen ist schon eine hausnummer wie weit geht es denn überhaupt naja guck mal hier bis fünf millionen und dann kriegt man nur 150 drachenmarken das ist schon sehr belohnen also hier die die diamanten ist natürlich mein da bin ich natürlich hin wir schauen ja es hat sich in der gilde einiges getan es gibt zuwachs und also es gab wechsel da gab es auch ziemlich wilden wechsel aber man muss sich ja wirklich mal meinem ärger und sagen heraus lassen ich finde manche dinge gehen einfach nicht ja das ist ja ein computerspiel ich möchte mich hier nicht von irgendwem anpumpen lassen und ich möchte auch nicht belogen werden und ich möchte auch nicht dass hier irgendwie schlechte sachen erzählt werden und so weiter und da muss ich doch immer echt sagen wie genervt ich gerade hier bin von dem ganzen rotz naja wir arbeiten mal zwischendurch weiter wir bearbeiten das mal ins inventar dann schieben wir das jetzt mal hier rüber und das mal hier rüber das drehen wir mal hier rüber naja jedenfalls sind wir jetzt momentan zumindest glaube ich eine funktionierende gilde jetzt brauchen wir so abtrennwände was das denn hier mega saft karton 450 was habe ich das schon was das denn hier melonen sofa jetzt will ich nicht mehr können was das mega saft karton weg damit was ist denn das alle diese dinge her die hier könnte ich kaufen die sind nicht so schlecht dass ich mag aber die hier durch mehr oder die sind auch so schön auch die sind alle so schön die sachen auch mal hier so ein schöner händlertisch wir müssen so ein händlertisch müssen wir kaufen kronleuchter das jetzt diese diamanten kram ich kann leider mit den diamanten nichts kaufen obwohl die sachen sehr schön aussehen veredeltes bett wird freigeschaltet stufe 55 und der händler tresor freigeschaltet auf stufe 61 der kostet bestimmt auch diamanten oder jetzt noch nicht sehen schade nur gut so was wollen wir machen trennwände er kommt erstmal zwei trennwände ja das ist nah dran du musst aber hier ein so einmal das und weiter noch ein trennwand bitte so genau hier sehr gut und noch eine trennwand und dann haben wir tatsächlich den einen teil abgetrennt sehr gut so das heißt hier kommt jetzt tatsächlich keiner rein und hier können wir jetzt in ruhe unseren kram aufbauen und paar sachen hin und her schieben und stellen und so weiter ja hier was wir jetzt mit dem bereich machen weiß ich jetzt auch noch nicht theoretisch könnten wir natürlich hier noch mal ein bisschen schönes deko krams zeugs machen er kommt noch einmal hier noch ein paar sachen weg schieben die mal hier hinten ein so unabhängig von der von der ordnung obwohl wir können mal gucken das ist ein level 7 koffer das ist ein level 7 stoff gedöhnt das sind der will sie im öltopf so können wir weitermachen das ist ja das wäre ja okay quasi da machen wir das was ich anfangs vor hatte dass wir tatsächlich hier den ganzen dass wir diesen bereich hier ein bisschen sortieren und dann hier schön auch der reihenfolge nach machen noch ein koffer der ist auch level 7 dann schieben wir auch mal da ein sehr gut ich habe übrigens das können wir zwischendurch mal angucken wie sieht das jetzt aus sie gar nicht so schlecht aus man sieht ja gar nicht dass das hier eigene wand ist ich habe hier dieses regal dieses hier habe ich schon auf level 14 noch eins noch einmal verbessern für 75 millionen dann kriege ich ein achievement für ein dings auf stoffe dings gedöns gemacht das ist natürlich hart aber so ist das so warte mal jetzt machen wir weiter entwerfen wir hatten doch jetzt gerade eins eingelagert das sind die eingelagerten dinge hier noch und ich muss noch mal gucken im laden platzieren ja das macht halt tatsächlich das macht halt was mit den mit der zahl hier oben das ist das problem das ist leider das problem es macht da war es mit der zahl natürlich level 1 macht natürlich nichts mit der zahl ist sehr klar wir können mal gucken was wir noch eingelagert haben zum regal drei stück haben wir noch nie eins haben wir davon noch und eins davon noch dann nehmen wir mal so als noch mit ach so ich habe schon gar keinen platz mehr im laden okay schade dann gucken wir noch mal ob ein bisschen deko kram also mich hat dieser händler tisch wirklich sehr angesprochen auch in der 400.000 kostet ich finde das einfach schön ist schon schön wir machen mal folgendes wir verschieben mal die noch stück nach hinten haben wir denn ein bisschen den den bereich von sieht nicht so hübsch aus haben ein bisschen verkleinert sieht einfach nicht schön es sieht einfach nicht hübsch aus muss man einfach so sagen jetzt steht hier wieder das halbe vollkrumm was wollt ihr denn alle hier und hier verkaufen wir mal so eine platte und hier verkaufen auch so ein goldener hast du nicht gesehen davon haben wir noch 1000 stück also von daher alles gut jetzt steht dieser drachentyp hier irgendwie im weg ne ja er ist halt auch so mäßig dekorativ wie ich finde das buch ding steht auch noch im weg heute mal das müssen wir mal vielleicht schieben wir das einfach mal hinten rein und das schieben wir auch mal hinten rein ich glaube das braucht hier hinten keiner und dann schieben wir das hier noch mal drehen das noch mal um und schieben das hier an die wand und wie sieht das denn aus naja schon ein bisschen anders vielleicht nicht besser aber anders naja so ist das halt aber ich finde es hat schon was hier mit diesen ich habe jetzt hier noch mal diese andere tapete da an die wand geklatscht ihr könnt natürlich hier mal gucken was können wir denn hierfür aussehen genau was kann man denn da für eine schicke tapete hin tun ins lager das sieht alles nicht so hübsch aus oder na wie wir sind mit dem hier leben wir mal so hat sieht auch nicht so hübsch aus oder das kann man noch mal ändern hier kann man nicht doch kann man ändern aber leider nicht in der farbe sondern hat nur in der ich weiß sie das aus ich finde nicht oder wenn das hier ist so ein bisschen keller like aber das ist halt dann so ein bisschen auch wie ich weiß es nicht irgendwie finde ich halt es passt so gar nicht also nichts passt so richtig weil man könnte natürlich mal überlegen ob wir das hier zum beispiel dann hier so ein machen alle anwenden alle anwenden alle anwenden will ich nicht anwenden fehler druck lass uns noch mal gucken gab es nicht noch ein zweites was so ähnlich aussah hier so ein bisschen herbstlich vielleicht das ist das ganze noch mal ohne federwind federwimpeln nehmen wir das hier anwenden jetzt mal ein zurück aber es ist gemacht jetzt haben wir zumindest den zweiten bereich auch mal schon tapizierte sind durcheinander hier das ganze aber jetzt haben wir zumindest das sind schon mal cool am öffnen schon mal so eine sehr schön ausgerüstete lagerstätte da können wir schon einiges reinlagern auch wenn das natürlich ja einfach viel zu eng ist viel zu wenig platz ist wir haben auch im keller glaub ich nichts mehr im keller sind auch alle sachen voll 10 10 10 10 10 9 8 da 2 8 da haben wir noch und 2 9 da haben wir noch drin naja auch schon ganz schön viel so hier wollen sie wieder was das ding ist gerade ich will diese sachen nicht verkaufen weil wir müssen ja gleich auch wieder was ins schiff reintun dieses schiff ist halt echt nervig weil andauernd sagt das schiff ich will jetzt aber material haben ausrüstung und so weiter und dann ist man dabei und muss ungünstig halt muss rein investieren kann man das hier nochmal verschieben ne leider nicht weil da jetzt der topf steht kann man den topf irgendwo anders hinstellen erstmal auf wir schieben mal das hier weg schieben mal das da rein schieben mal das kätzchen hier mit rein so gucken mal ob der topf nicht hier hinten irgendwo reinpasst so vielleicht so pass auf die zweite lampe den wir hier in den eingang da haben nämlich hier so eine ja genau das sieht sehr gut aus jetzt können wir nämlich theoretisch das hier noch nach hinten schieben und den auch noch mal nach hinten schieben ich bin dann haben wir hier so ein bisschen mehr platz und den schieben einfach einen dahin so wie sieht denn das aus auch nicht schlecht auch nicht schlecht auch nicht schlecht eigentlich gar nicht so schlecht das ding stört mich noch hier kann man das nicht irgendwie warte mal das kann ich doch auch irgendwie wenn ich das ein nach links schieben ja vielleicht nehme ich das mal raus das fenster und wir nehmen das mal raus und stecken es mal warte mal hier rein genau und nehme mal das fensterchen warte mal das sieht doch gut aus kann das nicht nach hier schieben ja das ist halt immer aber es sieht irgendwie besser aus ich finde das sieht da an der stelle schöner aus wir könnten natürlich da mal gucken ob wir noch so eine hängelleuchte und sowas haben hängeleuchte hängeleuchte die ist auch schön aber so eine uhr haben wir aber auch schon einmal drin keine hängeleuchte mehr ne dekoration ne die laterne zum beispiel ja da finde ich die paste sehr gut hin naja es ist halt alles ein bisschen sehr eng sozusagen das können wir leider nicht verkaufen müssen auf den drachen war ja ich bin leider noch etwas kränklich angeschlagen deswegen kann ich gerade nicht so richtig viel mitmachen also beim drachen invasion da werde ich noch schon mal wahrscheinlich mehr den rams verkaufen das ist bedauerlich aber ich kann es gerade nicht ändern tatsächlich sie meint es hat im bett liegen was mir sehr gut tut aber trotzdem doof ich sehe gerade hier unten bei den basis ressourcen habe ich die kräuter sind wirklich die am wenigsten ausgebauten und die lederlappen auch wo die lederlappen mache ich ja gerade ein bisschen da ist schon bedauerlich ne ist schon bedauerlich so 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 wie ist denn das habe ich die eigentlich gleich verteilt auf also eingekauft ja lederlappen 3 von 5 holz 3 von 5 kräuter auch 3 von 5 3 von 5 3 von 5 2 von 5 also hier müsste theoretisch noch ein stoffbehälter kann ich nicht mehr nur zwei stoffbehälter das ist bedauerlich das führt dann dazu dass ich die dann deutlich ausbauen muss die stoffbehälter haben wir hier einen stoffbehälter da ist er 1,5 millioner das geht ja noch das geht ja noch na gut dann werde ich das nochmal tun also es sieht jetzt schon ein bisschen hübscher aus auch wenn hier hinten noch ein bisschen rümpel ecke ist aber wir können den topf natürlich auch noch den topf stecken wir dann doch nochmal hier hin damit hier so ein bisschen was an ja ein bisschen arbeitsmaterial hier kommt dann später der tresor hin würde ich sagen außer natürlich der tresor ist was wofür man diamanten bezahlen muss ich bin hier ganz knapp davor die 2000 zu haben mit den 2000 werde ich hier den nächsten fertigungsplatz kaufen damit ich einfach schneller fertigen kann ich verschiebe also von aktion zu aktion immer mal wieder mein mein bottleneck sozusagen das ist halt entweder die fertigungsplätze oder es sind die materialien lagerplätze oder es sind die materialien die ich halt die charaktere und so weiter einsammel ihr seht hier alle leute stehen hier rum das ist eigentlich auch quatsch fällt mir gerade mal so ein die können wir ja locker wieviel uhr haben wir denn 16 oh ja bis die alle wieder in action sein wollen das das nochmal schnell hier was ist das für den zauberladen lustig hat für den zauberladen ok also bevor da können wir eigentlich hier noch ein paar Leute auf action schicken zum beispiel hier mal die ganzen quests machen wie wäre es denn mal wenn wir so eine mittlere haben wir da keine leute die die da mehr bock drauf haben was ist denn mit dem handel ich hier los der hat da keinen bock drauf das ist ja verrückter scheiß warum will der denn nicht ja guck mal hier ja guck mal dann geben wir dir noch einen kraftschub ja guck mal so den macht der jetzt mal den sonnengott haut der jetzt mal in die pfanne oh ich hau jetzt gleich auch was in die pfanne so zwei stunden zwei minuten ja machen wir kommen wir setzen einfach mal alle ein das ist ein bisschen seltsam weil ist der nicht eigentlich auf dem luftschiff gewesen jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt kann aber wohl so sein man weiß es nicht jetzt hier gerade verwirrt ich meine ich hätte doch gerade 40 stück davon habe ich wahrscheinlich alle schon verbraten oder ach ich weiß es auch nicht hier ist noch eine menge zu tun glaube ich hier sehe ich gerade sind alles auf null gefahren das ist natürlich bitter leichte als gar keine ja also genau dann ist der bottleneck dass wir hier wieder auf dem luftschiff ach die hier waren auf dem luftschiff wer ist denn von den champions auf dem luftschiff es müsste doch eigentlich ist es nicht ach der hier ist es donovan ok donovan ist jetzt der neue argon ne aber nach 10 fast 10.000 die luhand 9200 ja die sind irgendwie gelevelt und geskillt da habe ich nicht mehr so richtig durchblick mittlerweile ist es halt ein bisschen sehr aufwendig alles hier ich habe mich auch die ganze zeit noch nicht so richtig mit den helden befasst muss ich gestehen so ist das leider so ist das leider so ich habe hier diese den finde ich richtig cool da habe ich mir nochmal hier diese da habe ich ihn jetzt angeklickt da habe ich mir nochmal dieses fertigungs material besorgt wahrscheinlich von drei stück das ist schon ein bisschen reduziert da geht das schon mal nicht schlecht genau naja die setze ich jetzt am ehesten ein weil wir jetzt gerade gesehen haben geben die einfach mal 434 Punkte das ist also sozusagen mein vorderstes Gedöns und ich weiß gar nicht was ich produziert habe ich muss ja irgendwas in Auftrag gegeben haben wo diese weißen Metalldinger wir sind sie einfach nicht wir haben ein Samurai Do noch nun gut die 20 Minuten waren jetzt noch mit der Umdekoration schneller vorbei als ich dachte das ging ja wieder rucki zucki fixi moti so nein du musst leider warten bis der Drache nachher losgeflangt und flogen ist ja du kannst auf jeden Fall was haben davon achso ich wollte ja die Schilde machen warte mal können wir dann zumindest ein Schild schon mal wir können ja mal gucken was wir für die Schilder brauchen wo sind die Schilder hier sind die Schilder Bams jetzt ist es nämlich zumindest in der in der Fertigung hier ziemlich weit vorne dann kann ich das nämlich machen jetzt gleich dann mache ich davon ein paar wie gesagt eigentlich stelle ich die nicht mehr selber her wenn der Held kommt sage ich immer komm ja pack ein ich kaufe die einfach schnell das ist am besten na so ist es halt gut das war es für diese Folge vielen Dank fürs Zusehen ich hoffe ihr habt ein bisschen Spaß falls ihr noch Dekorationshinweise oder Tipps habt schreibt es mir gerne warte mal wir machen mal ganz kurz noch was nee ich möchte dann doch nochmal das hier machen ja nicht da warte mal das machen wir mal hier hin genau suche eine luxuriöse Truhe was? das habe ich gar nicht na gut wenn man sich das erledigt dann vielen Dank fürs Zusehen bis zur nächsten Woche machs gut geht's gut ich gehe jetzt mal an